Über die Freigebigkeit wollen wir heute sprechen. Das Wort Freigebigkeit, das kommt in Palisprache als Dana. Dana wird als erste Übung der spirituellen Praxis genannt und dann ohne Freigebigkeit ist die Praxis, sage ich, ist nicht möglich, aber schwer. Und Freigebigkeit erleichtert eigentlich die Praxis. Praxis bedeutet hier die Entwicklung, die Befreiung des Bewusstseins und des Geistes. Der Geist wird nicht schnell frei ohne Freigebigkeit. Und unser Leben hat eine Verbindung mit Dukkha. Ob wir annehmen oder nicht annehmen. Dukkha, Unzufriedenheit und Leiden ist der erste Merkmal unseres Lebens. Und von Geburt bis zum Tod erleben wir manchmal bewusst, manchmal nicht bewusst, aber erleben wir dieses Dukkha. Dukkha ist nicht etwas Negatives, aber damit sagt Buddha nicht, dass der Dukkha positiv ist. Dukkha ist weder positiv noch negativ. Das ist Soheit unseres Lebens. Die Soheit des Lebens ist weder negativ noch positiv. Und diese Soheit existiert eigentlich bis zum Nibbana. Das ist eine Befreiung der Erleuchtung. Erleuchtung bedeutet, oder mit Erleuchtung sagen wir, dass wir dieses überwunden haben. Nämlich Dukkha. Es kann auch verschiedene Entdeckungsstufen des Geistes erlangen, wie Sotapanna, Sakadagami, Anagami. Obwohl wir diese Stufen erlangt haben, haben wir aber noch nicht das Dukkha überwunden. Dukkha begleitet bis zum Nibbana. So hartnäckig ist das. So schwer zu überwinden. So leidvoll ist dieses. Und dieses nimmt unseren Glück weg. Und so hat der Buddha, als er Bodhisattva war, sehr lange hat sich bemüht, diese hartnäckige Eigenschaft zu überwinden. Und wir haben manchmal den Hunger. Aber ich sage, verwende ich das Wort manchmal. Hier die Menschen haben Wirklichkeit Hunger noch nicht erkannt. Ohne Erkenntnis des Hungers sie essen. Und weil sie mehr viel Essen haben, erkennen dieses nicht. Sie kennen dieses Gefühl nicht, was da wirklich Hunger bedeutet. Die Gatcha Parma Dukkha. Hunger ist der größte Leiden der Welt. Und gleichzeitig sagt der Erhabene, deshalb entsteht Unruhe. Deshalb entsteht ein Krieg. Weil dieses größte Dukkha in der Welt existiert. Die Gatcha Parma Dukkha. Hunger ist der größte Leiden der Welt. Aber diese Leiden kennen viele Menschen nicht. Warum ist das? Warum ist das? Weil sie gewohnheitlich der Gegenteil, das heißt, Hunger zu besagt essen, das tun. Und niemand beobachtet, was das wirklich ist, Hunger. Und natürlich ist der Hunger, was der Buddha sagt, ist, der Hunger ist hier nicht das körperliche. Hunger ist etwas Geistiges. Und körperliches Gefühl erleben wir sehr, sehr selten. Aber geistiges Gefühl, Hungersgefühl haben wir sehr oft. Geistig sind wir sehr hungrig. Wir sind sehr arm. Sehr arm sind wir, weil wir sehr, sehr, sehr oft geistig hungrig sind. Und nur der körperliche Hunger zu beseitigen, nehmen wir Nahrung, stoffliche Nahrung. Aber damit, was wir wirklich verstecken, ist diese eigentlich die geistige Gefühle, Hungersgefühl. Kälte und Wärme spüren wir. Aber der Wärme und Kälte kennen wir nicht. Weil wir sehr schnell, wenn der kalt ist, schnell etwas anziehen. Wir versuchen immer, den Körper zu schützen. Aber Kälte ist nicht nur etwas Körperliches. Kälte des Körpers oder das Gefühl des Körpers zu vermeiden, haben wir die Kleidung. Das können wir verwenden. Aber der Kälte des Geistes zu vermeiden, gibt es keine Kleidung. Und das ist noch gefährlicher. Weniger Menschen sind in Wirklichkeit krank geworden, weil sie Kälte des Körpers gespürt haben. Viele Menschen sind krank geworden, weil die geistige Kälte erlebt haben. Wärme ist genauso. Und so weiter. Wir haben versucht, diese Dinge wirklich zum Beseitigen verschiedener Methoden verwendet. Und das haben wir auch dann Dukka erlebt. Aber diese sind eigentlich, man kann schon Beseitigen. Beseitigen ist eigentlich nicht Überwindung. Wir tun eigentlich die erste Phase. Beseitigen. Beseitigen bedeutet, dass wir ständig wieder erleben. Überwinden heißt, dass wir für immer nicht mehr überleben. Beseitigen ist keine Lösung. Beseitigen heißt, dass wir unseren Weg zu bereiten, einfach die Dinge beide Seiten wegschmeißen. Das heißt Beseitigen. Aber das bedeutet nicht, dass wir die Dinge wirklich endgültig losgelassen haben. Überwinden ist eigentlich für mit dem Wind gehen lassen. Es kommt nicht mehr. Der Bruder verlangt immer die Überwindung, aber nicht die Beseitigung. Aber wir haben nur gelernt, viele Dinge zu beseitigen, aber nicht zu überwinden. Beseitigen ist dann leichter und angenehm. Überwindung ist schwierig. Aber Überwindung hat eine Verbindung mit Freude. Beseitigung ist ein angenehmes, aber keine Freude. Überwindung ist schwieriger, aber ist mit der Freude verbunden. Und wie ich es gesagt habe, so erleben wir im täglichen Leben sehr viel Leiden. Hunger, Kälte, Wärme und so weiter. Aber das große Leiden entsteht nicht deshalb. Die große Unzufriedenheit, das große Leiden entsteht eigentlich, weil wir Upadana haben. Weil wir sehr stark festhalten, anhaften. Das ist dann, sagt der Buddha, Upadana ist eigentlich das große, das heißt die Ursache des Leidens. Upadana heißt das nicht loslassen wollen, festhalten, geklebt sein. Und das ist das eigentlich, was der Buddha sagt, das ist die Ursache des Leidens. Nicht wegen der Hunger leiden wir, doch leiden wir, aber temporal. Wegen der Kälte, wegen der Wärme leiden wir auch. Aber temporal, wir haben die Mittel, das zu überwinden. Und diese ist auch dann mit dem temporal Teil, mit der Zeit verbunden. Diese Leiden ist zeitlich, mit Zeit verbunden und auch mit dem Ort verbunden. Hunger ist auch Zeit und Raum verbunden. Und dann auch, auch dann die Kälte und Wärme ist auch. Aber mit Anhaften, mit Anhaften, daraus Anhaften entstandene Dukka ist nicht mit der Zeit verbunden. Auch nicht mit dem Ort. Und das kann diese Dukka, diese Unzufriedenheit entstehen im Winter. Und Kälte, mit Kälte verbundenen Unzufriedenheit entsteht nur im Winter. Und mit Anhaften, mit Festhalten entstandene Unzufriedenheit entsteht auch im Sommer. Die Wärme, wenn wir leiden sollen, ist es nur im Sommer. Aber immer wieder, das ganze Leben, das haben wir mit Anhaften verbundenen Leiden. Mit Upadana verbunden. Und gibt es eigentlich, es gibt keine normalen Mittel, diese zu überwinden. Wie Kleidung, Nahrung und so weiter. Anhaften ist etwas Geistiges. Eine Schwäche des Geistes. Eine schwache Geist ist dieser. Anhaften. Anhaften nehmen die Menschen als Schutz. Das ist eigentlich mit der illusionären Vorstellung entstanden, als Schutz ist Wirklichkeit. Es ist eine Illusion. Anhaften bringt das Glück. Anhaften hat einen besten Freund oder sehr, sehr guten Bruder oder Schwester. Das ist die Ablehnung. Ablehnung und Anhaften, beide sind dann verwandt. Es sind nicht zwei, das ist eins. Und diese Ereignung ist das, es begleitet unser Leben. Und wenn der Hunger, wenn Nahrung nehmen, Hunger wird dann weg. Oder mindestens temporal ist das weg. Aber damit verbundenen Anhaften, durch diesen entstandenen Dukka, begleitet immer. Und deshalb sagt der Buddha, Upadana, Anhaften sollt ihr dann Dukka überwinden. Einzige Möglichkeit, Dukka zu überwinden. Anhaften. 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 ein großes leiden das haben wir erlebt die dinge personen meinungen und so weiter wir erleben immer weil wir dieses zu überwinden immer dann eine temporale lösung gesucht haben an hatten eine person ein teil dieser person eigentlich den körper wir haben vielleicht angehaftet gelitten und ist es auch sehr interessant duker ist auch dem anders werden unterworfen ständig duker leiden unzufriedenheit ist immer der anderswerden unterworfen der mensch versucht immer der anderswerden immer positiv zu machen oder positives zu erleben wir haben eine person angehaftet die gefühle die mit dem person verbunden ist und das haben wir alle das ist dann angehaftet dann haben wir auch genau gewusst weil ich das fühlen festgehalten habe nicht der person ist aber gelitten und leiden wir auch weiterhin und eine tür gemäss diese leiden vergeht und dann aber mit den meter an haften das fühlen an haften das haben wir nicht beseitigt nur der gegenwärtiges fühlen das wirklich dann leid erzeugt das haben wir beseitigt irgendeine methode was der methode haben wir therapie therapeuten gibt es die reden manchmal sagen sie eigentlich es gibt nicht nur eine person auf der welt es gibt noch viele personen lass diese person los du findest wieder neues sie beraten immer leiden wir neu neu gestalten können aber keine methode zu beseitigen sie sagen vergiss bitte diese person braucht und ist daran denken das wird du bald jemand anderer kennenlernen und aber diese person weiß nicht andere person hat auch die gefühle der geist haftet an wieder leiden so haben wir ganz erleben so viele dinge eigentlich dann leiden erlebt es ist unendlich ist diese und dann wie der buddha sagt dieses leiden entsteht dies anhaben entsteht du mönche von sehen von riesen und hören und schmecken und tasten und denken das heißt anhaben entsteht nicht ohne irgendeine kontakte sinnes sinne hat einen kontakt mit den objekten augen einformen hören mit ton nase mit geruch zunge mit gespack körper mit tasten kreis mit denken immer wieder objekte gibt es und wenn etwas angenehm ist haften wir an damit beginnt wieder leiden jedes mal jedes mal wenn der geist mit auch der kontakt in irgendeinem gefühl entsteht und anhaftet da ist der beginnt das leiden entsteht ein städte leiden anhaften entsteht nicht ohne ohne leiden jede art von anhaften ist untrennbar mit unzufriedenheit es ist nicht getrennt und immer wieder verstärken wir diese immer mehr und mehr und mehr so haben wir eigentlich sein leben mit druck noch einmal sage ich dass die der natur der unvollkommenheit wenn jemand sagt ich bin noch nicht vollkommen das bedeutet das ist anhaften und leiden sonst nicht ich bin nichts noch nicht vollkommen das bedeutet das ist anhaften und leiden ich habe anfang gesagt ich verwende dieses nicht oft aber das bedeutet auch weil ich ablehne und leiden das gleiche und so weiter haben wir lange wir waren im samsara geburt alt werden krank werden sterben tot erleben von lieben getrennt sein und mit unlieben zusammen sein viele wünsche gehabt nicht erfüllt und alles ist eigentlich mit den leiden verbunden und dann ist kommt eigentlich wie können wir das beseitigen sagt der bruder als er bodhisattva ganz ganz anfang haben wir gesprochen er war unterwegs mit der mutter in einem segelboot das boot ist ist kaputt geworden sehr mühsam hat er dann mit mutter wir zeigen geschwommen und dann ist das leben gerettet der mutter hatte gesehen dass der sohn so eine liebevolle mensch ist und dann auch der leben geschenkt hat aber diesen moment war er sehr müde am strand liegen oder mutter mühsam geht zu ihm berührt den kopf und dann sagt er du bist eine wunderbare kind ein wunderbares kind bist du ich möchte eines wünschen möchtest du ergehen zu einem bruder werden das war eigentlich die erste erlaubnis erste wünsche und dann die mutter hat das eigentlich seinen den starken dann fest dass ein wünsch geäußert ein wunderbares kind bist du mögest du irgendwie ein bruder werden dieser hat in seinem herz berührt so stark berührt und dann er war sehr nachdenklich nachdenklich bedeutet was er wirklich tun soll die wünschen der das denn der wünsch den wünsch der mutter zu erfüllen ich sage wenn deine mutter ein wünsch hat muss ich das tun muss ich das bewirken nachdenkend erlebt er erkennt er was stört wirklichkeit diese höchste position der welt oder höchste entwicklung des geistes zu erlangen was dahinter nicht was sind die hinterliche und dann hat er sieht er geistig können die menschen nicht nicht entwickeln ersten wenn sie wirklich mit dir mit anhaften leben der charakter wird nicht rein auch wunderbar wenn der mensch mit dir mit anhaften mit geiz lebt und die geistige entwicklung geistige reinheit beginnt mit der freigüblichkeit jedes mal wenn jemand wirklich etwas frei gibt und diesmal entsteht eigentlich einen 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 schritt zu entwicklung der erleuchtung jedes mal jede sekunde jedes mal wenn jemand freigeblichkeit gibt er macht ein ganz winziger schritt zur erleuchtung es ist nicht nur das geben freigeblichkeit ist nicht nur geben etwas freigeblichkeit etwas erreichen zwei dinge freigeblichkeit ist nicht nur ein geben freigeblichkeit ist etwas erreichen nämlich erwachen oder erleuchtung und so zeigen ist dann freigeblichkeit hat dieser junge mann ersten gesehen wer der freigeblichkeit übt er nähert sich um die bahn und dann aber das hat er nicht erkannt im parameter das heißt erleuchtungsglieder erleuchtungskräfte er hat nichts gesagt dass sie zu geben nur geben ist nicht gabe geben ist eigentlich es ist nicht irgendetwas dass der mensch der innere anhaften beseitigen das ist nicht und deshalb ist freigeblichkeit sehr wichtig und es ist auch sehr schön dane als freigeblichkeit übersetzt freigeblichkeit freigeben freigeblichkeit und man soll einfach denken was sei es da ist freigeblichkeit geben und freigeblichkeit freigeben und dann ist erstens sagt dann freigeblichkeit erster merkmal ist ohne erwartungen etwas geben ohne irgendeine motivation etwas zu erreichen bekommen es ist nur vor ort aber nicht zurück freigeblichkeit hat keine rückblick gibt es nicht freigeblichkeit ist immer vorschritt aber nicht rückblick freigeblichkeit mit dem vorschritt verbunden aber nicht rückblick der mensch beobachtet nicht was er gegeben hat es ist das geben dieses geben ist das eigentlich immer wieder sieht dann vor fortschreiten das heißt freigeblichkeit hat kraft vermeidet rückblick und hilft dann fortschritt das ist der kraft der freigeblichkeit und der mensch immer wünscht oder nicht wenn er das wirklich will oder nicht will die kraft der freigeblichkeit hilft den menschen fortschreiten wohin zum nibbana man soll nicht irgendwie eine große vorstellung haben dass einer einer irgend der eine außergewöhnliche vorstellung haben was dann die bahn ist die bahn ist nicht anders als reinheit des geistes absoluter höchste reinheit des geistes ist der nibbana und dieser weg ist ein gangbarer weg aber mit der praxis verbundenen weg es ist kein geschenk es ist kein geschenk der mensch soll ohne unterlastes üben es ist wichtig es ist wichtig warum weil der mensch mit einem großen großen dann identität das heißt ich bin ein mensch der mensch kann dann durch die entwicklung des geistes erreisen diese unterrichtet eigentlich die freigeblichkeit als freigeblichkeit unterrichtet mich du bist ein ein mensch du bist fähig der höchste entwicklung des geistes erreichen tour das freigeblichkeit und auch das ist die freigeblichkeit habe ich gesagt geben und freigeblichkeit dann habe ich zwei merkmale gesagt erst ist das ohne erwartungen ist nur der fortschritt aber kein rückblick und recht und die bahn und anzeigen das nächste ist der wichtigste ist frei bedeutet dass der geist in diesem moment in diesem moment ist nicht für immer in diesem moment dass wir mensch diesen übermacht der geist ist frei von dir hass und verwirrung deshalb sagt eigentlich dann heißt der freigeblichkeit freigeben heißt in diesem moment dieser moment wenn jemand gibt ist kein gier kein hass keine verwirrung kein gier kein anhaften kein ablehnung keine verwirrung und das ist eigentlich dann freigeblichkeit und aber das bedeutet nicht dass der mensch mit der freigeblichkeit alleine erleuchtung erlangen kann aber freigeblichkeit öffnet das herz für andere praxis das tut er ist eigentlich öffnen und das herzen für die gute dinge freigeblichkeit hilft den menschen der zweite tür zu eröffnen nämlich siedlichkeit ohne freigeblichkeit kann der mensch nicht siedlich werden natürlich das umgekehrt auch ohne siedlichkeit wird der mensch nicht freigeblich oder lehrer hat immer keine lineares ist kreisform entwicklung wenn dies ist jenes wenn dies entsteht entsteht jenes wenn dies nicht ist ist jenes nicht wenn dies aufhört jenes auf das ist eigentlich die die maßminsa die dann wo die 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 kausale lehre des buddhismus was der buddha erklärt freigeblichkeit hilft den menschen sich dieses leben zu führen siedlichkeit hilft den menschen freigeblichkeit zu üben womit soll man erst anfangen soll man selber entscheiden manche leute fragen was soll ich anfangen es gibt keine anfangen es gibt nur ein tun das tun nicht der anfang von anfangen anfangen entsteht kein tun aus tun entsteht anfangen das ist der methode in buddhismus und freigeblichkeit habe ich gesagt dass der hohe entwicklung das aber diesen moment der geist ist rein man soll nicht gegen einmal etwas geübt dann bin ich wirklich erleuchtet das soll man nicht das soll man nicht denken diese illusion soll man nicht haben aber muss man sich freuen ich habe mein herztür geöffnet das ist dessen freude wie entsteht dann sagt der buddha freigeblichkeit entsteht so so man hat zu sagen was wenn du dann freigeblichkeit übt oder freigeblichkeit wenn du denkst entsteht der freude diese freude ist frei von etwas nehmen oder etwas bekommen es ist nicht diese freude entsteht nur deshalb weil ich etwas losgelassen habe freigeblichkeit mit der freigeblichkeit verbundenen freude so manasse entsteht nur weil ich etwas losgelassen habe loslassen ist nicht ein aktives loslassen deshalb verwendet auch das wort kausativ loslassen ist nicht ich das tue loslassen gehen lassen ist eine kausativ das ist verschiedene verschiedene konditionen entstanden das tun oder handeln es ist nicht etwas gemachtes es geschieht loslassen ist ein geschehen aber kein tun wenn alle konditionen zu alle bedingungen zusammen kommt entsteht dieses und deshalb verwendet das wort loslassen lassen das ist kausativ und freigeblichkeit das ist jedes mal entsteht loslassen es ist das wirklichkeit freude stört blockiert weil ich anhafte jedes mal wenn das loslassen bedeutet ist das herz wird frei aus der freiheit entsteht die freude anhaften ist leiden loslassen ist die freude wenn jemand sagt nein ich habe nur das heute wenn ich es anhafte dann sage ich es wird der wurde auch sagen dann versuche immer das anzuhaften du wird selber irgendwann er merken das ist aber keine freude ist weil wir so denken wenn ich diese muss jenes habe werde ich glücklich wenn die kriegen wir das aber ende sehen wir es ist aber fehlt etwas haus habe ich nicht gehabt bemühe ich gearbeitet habe ich habe ich ein haus gebaut am ende wenn ich einsehe dann sehe ich auch fehlt etwas keine zufriedenheit endgültige zufriedenheit haben wir endgültige zufriedenheit entsteht nur wenn ich das haus gebaut habe dann loslassen loslassen bedeutet aber nicht fallen lassen man soll immer klar werden loslassen ist nicht fallen lassen oder erwähnt nicht dass die dinge fallen lassen es ist nicht gut aber loslassen loslassen hat eine verbindung mit freiheit schenken frieden schenken ich schenke jemandem frieden freiheit das heißt loslassen fahren lassen ist eigentlich der leidvolle schaden viele leute sagen auch fragen auch wenn wir sagen der bruder hat erklärt dass die anupadana loslassen ist der wichtige übung ist viele leute sagen soll ich auch meine kinder loslassen ja kinder auch loslassen kinder loslassen bedeutet den kindern gebe ich die freiheit freiheit schenken bedeutet nicht dass nicht mehr kümmern müssen ich muss das sind immer wieder ihren wohl das ist wünschen und dann auch achten freiheit schenken bedeutet dass ich ihr wohl und alles das gutes wünschen aber nicht gegen den los einfach fallen lassen unter mir ist egal egalität ist nicht loslassen 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 mit loslassen entsteht richtige verbindung mit anhaften falsche verbindung erzeugte duke richtige verbindung mit loslassen loslassen verbindet eigentlich mein herz mit der welt eine verbindung schaffen und das ist aber höhere übung ist das man kann nicht so einfach sagen ich gebe jemand etwas ich habe der freigeblichkeit geübt das heißt immer wieder freigeblichkeit richtige freigeblichkeit entsteht wenn jemand wirklich richtig geübt hat achtsamkeit im täglichen leben soll man wirklich den körper und der geist richtig erkennen wie der körper und geist wirklich ist und der wirklichkeit gemäß soll man körper oder geist richtig erkennen oder beides soll dann erkennen wenn wir eigentlich der körper und geist richtig erkennen und dafür brauchen eigentlich die übung der achtsamkeit wenn ich richtig meine gefühle richtig beobachte zum beispiel wenn ich richtig beobachte wie wieder wieder der hunger wirklich das hungersgefühl wirklich ist dafür brauchen wir die achtsamkeit und achtsamkeit gilt mir richtig zu erkennen was der hunger ist dann habe ich wirklich erkannt wenn ich richtig erkenne wer der hunger wirklich ist da kann ich auch den hunger der anderen richtig erkennen sonst können wir nicht und deshalb viele leute denken was ist wirklich der hunger zu beseitigen verwende ist nur etwas essen ich denke hunger zu beseitigen gibt es nur einzige möglichkeit die menschen essen spenden das ist eine temporallösung wenn ich wirklich der hunger richtig beobachte und viele dinge kann ich erkennen die ursache der hunger alle möglichen dinge kann ich dann erkennen und deshalb ist das sehr wichtig dass der mensch achtsam die dinge im täglichen leben beobachten wenn jemand wirklich den namen und rupa der körper und geist richtig erkennt der kann richtig dann freigebigkeit erkenne erst den namen und rupa richtig dann entsteht die übung der freigebigkeit freigebigkeit ist nicht anders als loslassen freigebigkeit ist ein synonym oder das zusammenkommende wort ist eigentlich loslassen freigebigkeit ist beginnt mit loslassen endet auch mit loslassen ganze ganze aktion der ganze acht begleitet die loslassen von anfang bis ende freigebigkeit beginnt mit loslassen existiert mit loslassen löst sich auch mit der loslassen eine wunderbare eine wunderbare charakter eigenschaft des menschen eine sehr schöne freudige charakter ist diese man soll aber nicht denken das ist alles das ist dann weg geben soll wenn das geht muss man alles loslassen alles frei geben aber das bedeutet nicht die freigebigkeit die freigebigkeit macht die menschen nicht arm man soll nicht denken freigebigkeit macht die menschen reich aber andere art von reich und sie haben freude sie haben sie erleben zu glück was brauchen wir wirklich unsere leben sagt der bruder zwei dinge glücklich sein und frei sein von dir das wünschen wir glück und zufriedenheit heißt sagt der bruder tag und nach von geburt zum tod bemühen sie menschen diese weise erreichen glück und zufriedenheit und immer wieder suchen wir das außen suchen wir nur außen außen suchen und wechseln das ist der übungsmethode der glück und zufriedenheit zu erleben suche existiert draußen methode ist wechseln das haben wir gemacht machen wir auch religion wechseln übung wechseln beziehung wechseln beruf wechseln alle mögliche dinge wechseln wir denken oft endlich bin ich glücklich ich bin zufrieden laufe der zeit anfang und ende ist das gleiche das ist dann anfang zu glücklich sein hände des glücklich sein ist das gleiche das so vergleitet und dann ist das wirklichkeit dann ist das wenn wir freigeblichkeit üben wenn wir das ich habe gesagt freigeblichkeit ist nichts anderes das loslassen das leben soll eigentlich sein mein leben soll ständig der loslassen begleiten man soll immer in jedem tag am abende liegen das wünschen möge mein leben immer mit der freigeblichkeit der verbindung schauen loslassen das sollte immer wünschen möge ich immer der freigeblich sein und soweit immer das sind dann diese übungen soll man immer das mindesten soll man den geistig wünschen das heißt wünsche werden nie dass wirklichkeit wünsche werden nicht das sind irgendeine wirklichkeit aber wiederholen wünsche werden wir irgendwann irgendwann herz das berühren sollte üben der wünsche sind wirklichkeit gut wenn jemand immer denken kann so schön ist die freigeblichkeit die freigeblichkeit möge ganze lebens mit meinem leben begleiten wünschen und so wenn wir das tun können wie können wir wirklich dann ich habe gesagt achtsames leben ist wichtig und dann soll man wirklichkeit erst mit der materie beginnen hunger zu beseitigen hunger zu erkennen und anderen essen spenden und dann auch das einmal kurz dann mit dhama verbinden wem soll es wirklich geben man soll nicht immer dann wählerisch sein soll werden wer soll es geben aber man soll einmal gelesen haben sagt der bruder wenn der erhabene haustür steht wenn ich ihm ein essen spende das ist eine sehr sehr kräftige freigeblichkeit ich habe es irgendetwas zu hause weil ich ihn gesehen habe weil ich seine seine eigenschaften in in seinem körper sehe er seine augen stahl dem mitgefühl liebe seine gehend strahlt eigentlich der ruhe gesamte leben strahlt eigentlich die weisheit eigenschaften des buddha erkenne ich von sehen erinnere mich mache ich die augen zu sehe ich den buddha ich spende ihm etwas entsteht ein großer ich überhaupt keine erwartungen gebe ich dem buddha etwas das kann eine blume sein kann eine kerze sein kann ein glas wasser sein man soll nicht denken freigeblichkeit bedeutet so tolle sachen sammeln und geben nein eine stelle gibt es einem ein mensch ein ein menschen in in einem dorf er hat nichts gehabt zu geben er erinnert der buddha und er hat ein eine 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 blume gesehen er wollte aber nicht pflücken er sagt oh baum du hast eine wunderschöne blume du freust dich sehr ich schlage dir vor wir schenken diese blume dem buddha du wirst glücklich ich werde auch glücklich machen wir gemeinsam diese das hat er dann mit baum gesprochen und baum hat auch eine möglichkeit im herzen das gesagt wir schenken deine schönheit dem buddha und gemeinsam dieses gemacht er hat eine große freude gehabt er hat nichts gehabt auch eine frau sie hat nichts gehabt unterwegs hat den buddha gesehen aber sie war eigentlich seine dienerin sie sollte immer das wasser tragen und sie hat eigentlich sein ein so einem behält das wasser dem buddha geschenkt hat eine große freude gehabt am herzen entstanden dass die eigenschaften die 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 besonderheiten person gesehen etwas gegeben und damit hat sie das ihre gehass und verblendung nicht beseitigt ein paar einfach darunter diesen moment hat die freude gehabt das heißt eigentlich damit sage ich richtig die eigenschaften eines menschen kennend wenn ihm etwas schenkt dass die höchste materielle leben etwas schenken oder und dann ist sangha bikkusanga bikkuni sangha wenn die mönz und nonnen etwas schenkt man kann fragen warum warum sagen der mönz immer der mönz etwas schenkt nicht wegen dass wir etwas kriegen wollen oder sagt freigeblichkeit ist für die laien sehr wichtig materielle leben ihr sollt immer dann euren dann aufmerksam machen eure leben soll dann rein halten und den dann zu ihnen dann diesen diesen wünsch erwecken freigeblichkeit üben und der menschen zeigen ist freiwillig freiwillig viele dinge losgelassen und wie der bruder sagt ihr habt eine eine niedrigste lebensunterhalt ausgewählt von betteln von almosen zu leben es ist nicht etwas angenehmes aber ihr habt das ausgewählt warum alle leiden zu beseitigen die bahn zu verwirklichen habe ich diese lebens lebensweise das ausgewählt und langsam werde ich das tun und so ist eigentlich deshalb sagte oder die zeit ist im mensch und sangha mönz und nonnen weil sie freiwillig ihre leben zu viele dinge aufgegeben versichten haben und dann ist auch das sehr sehr wichtig und dann zwei nächste sagte der bruder marta bittero mutter und vater und manche stellen sagte bruder nur der erleuchtung gibt es nicht aber die mutter hat auch dann sehr viele eigenschaften der eines buddha mutterliebe mutter mitgefühl mutter mit freude mutter gelassenheit ist so ähnlich die heiligen menschen die mutter ist noch nicht heilig aber von diesen eigenschaften zeigte dass sie ein heiliger mensch ist sagt der bruder ihr soll dann nächste freigeblichkeit zu geben dann ist der beste person ich meine die materielle eben sage ich das alles ob sie brauchen viele leute sagen mein vater braucht nicht er hat alles freigeblichkeit ist nicht etwas fehlendes erfüllen das ist nicht man soll nicht denken mein vater genug was soll ich geben nein das das heißt etwas fehlt das will ich erfüllen das ist nicht freigeblichkeit das keine fehlende zu erfüllen das ist überhaupt nicht das ist nicht mein vater hat so viele eigenschaften mein mutter hat so viele eigenschaften ich möchte diese eigenschaften achten und verheirung deshalb gebe ich etwas und damit verbunden auch dankbarkeit freigeblichkeit erweckt mit einem charakterbild und dankbarkeit dankbar menschen sind sehr selten auf der welt man soll zeigen durch die freigeblichkeit kann man zeigen dass ich eine dankbare mensch bin und das ist aber nicht meine motivation aber das wird automatisch entstehen und deshalb ist das mutter und vater sagt der bruder bis zum tod sollte dann pflegen so wichtig sind sie unvergleichbar der mit anderen menschen mutter und vater eigene mutter und das gleichzeitig sagte dann der mutter ist keine weiblichkeit vater ist auch keine männliche ist überwunden weiblichkeit der mutter vater hat der männlichkeit überwunden und deshalb sie sind eigentlich stand sie die vertritt eigentlich keine geschlecht für mich ich meine mutter ist keine frau meine mutter mein vater ist kein kein mann und deshalb was ist mit einer frau wirklich tun möchte ist nicht mit meiner mutter ist nicht mit meiner mutter ist mit meinem vater auch nicht weil ich das sehe ist nicht als frau als mut als man man sie überwunden deshalb sagt der bruder ist eine sehr sehr eine gute guten platz freigeblichkeit zu üben weil sie da genauso wie der mensch und nonnen das ist eine platz wirklichkeit deine das deshalb sagte in wenn der sangha verehrung sagen wir dass sie die sangha verehrung am ende sagt das ist der beste boden zu verdient zu übertragen verdienen 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 verdienst erwecken und wir haben jeden tag resistieren wir das ist der beste boden die gute wirken gutes wirken das heißt freigeblichkeit und und dann ist das dieser ich sage nur deshalb wenn jemand fragt wo soll das wirklich anfangen die freigeblichkeit überall kann die anfangen aber ihr könnt mit dem glas wasser anfangen den buddha spenden immer die eigenschaften und ein glas wasser dem buddha spenden jeden tag jeden tag in der früh das tun eine wunderbare übung ihr kann das sehen der charakter wird wunderbare änderungen stattfinden im charakter drin wenn wir das wirklich das nicht hektisch immer so schnell das machen sondern wirklich achtsam bewusst und mit der respekt und und der verehrung das tun das könnt ihr machen wenn die eltern nicht mehr leben immer wieder einfach an sie denken und dann einfach etwas geben das könnt ihr auch das wünschen wenn sie leben sollte schon ihnen etwas geben materie leben und dann ist eigentlich dann die die wenn wir immer wieder diese übung machen der mensch wird eine sehr 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 glücklicher mensch sagte einmal einmal fragt der buddha da alle wirklich fragt der euer habe wie können wir eine freunde gewinnen freunde gewinnen braucht du eine freude in dir haben wenn du in dir in herzen freude hat da kannst du freunde gewinnen diese freunde zu erwecken sollte freigeblichkeit geben über die freigeblichkeit entsteht in dir freude diese freude hilft dir der freunde zu gewinnen deshalb sagte buddha wer der freigeblichkeit übt er ist hat der freude wenn er freude hat er kann die freunde gewinnen und diese ist der alle gesunde in sultanipata erklärte wurde und so ist eigentlich das in der ebene materielleben dann aber gibt es eine stelle sagt der buddha sabba dhanang dhamma dhanang jinnati die höchste gabe der freigeblichkeit ist dhamma dhamma weitergeben das ist der höchste ich habe neulich das sind jahren hat ein wir haben letztes mal gesprochen ist ein fehl ein buch fehlt dann hat er mir sofort das buch geschickt der buddhismus und von der gom bridge und das ist eine eine übung der freigeblichkeit er hört und dann fehlt etwas mit dhamma verbundenes sofort das tun dhamma vermitteln ist der höchste gabe höchste freigeblichkeit der welt und anderes materiellebene ist eigentlich eine beseitigung der unzufriedenheit des körpers namadana freigeblichkeit mit dhamma ist eigentlich beseitigung der unzufriedenheit des geistes das ist der höchste und deshalb sagt der buddha die münze und nonnen kriegen das essen von laien kleidung wohnen medizin sie wurde kinderparte sehen als eine geladen apache wegen die münze die laien freuen sie sehr weil sie das üben können moment ihr soll eigen ist dann auch die höchste gabe der welt üben nämlich dhamma üben und dhamma weitergeben das soll der mensch tun und dann sagt der buddha aber gleichzeitig das ist der höchste damit sagt der buddha warum ist der höchste ist ihr vermittelt dhamma die andere menschen werden auch durch die damma werden freude haben diese freude ist der höchste freude weil jetzt gesamter charakter wird anders mit damma und dann sage ich das sind noch einmal sehr schön ist wenn wir materiell leben dann freigeblichkeit üben wir haben freude mit der freude verbundenes leben ist charakter ist wunderschönes wunderschönes leben eine sehr schöne charakter warum sagen wir wir sehen auf der straße überall die menschen das wirklich unzufrieden leben so einer sowohl der körper ist auch der geistig ist nicht schön es ist nicht schlecht wenn jemand die körperlich schönheit erreist es ist etwas schlechtes aber das kann man nicht kaufen obwohl wir die schönheit immer versuchen zu kaufen das geht aber nicht wenn jemand freigeblichkeit übt diese freigeblichkeit ist der einzige möglichkeit die schönheit zu kriegen aber nicht das körperliche zum geschickt und alles doch auch aber charakter eigener charakter wird schön diese menschen können ohne irgendeine schmutz lächeln freigeblichkeit geübte menschen lächeln ohne schmutz ihrer blick ist angenehm ihre sprache ist angenehm und es ist anblick das ist wenn ich andere menschen sehen sie ist auch angenehm die freund sich sehr und das alles entsteht eigentlich weiter diese diese angenehme charakter entsteht eigentlich weil sie angenehm ist im herzen erlebt hat dafür brauchen wir freigeblichkeit deshalb sollen wir üben freigeblichkeit wenn jemand sagt ich weiß aber nicht wie das wirklich üben soll ok einfach anfangen tun das einfach tun wenn wir irgendwie sehen aber diese freigeblichkeit oder geben ist sehr wichtig mit dem panja verbinden mit der panja soll das verbinden panja ist eigentlich der weisheit wir sollen nicht immer dann freigeblichkeit üben ohne wissen ohne weisheit und das heißt wir sollen schon der hintergrund ein bisschen untersuchen man soll nicht immer das alles wenn jemand sagt ich habe kein 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 essen gibt mir etwas man kann schon geben man kann schon gehen aber man soll schon mit der weisheit verbinden einmal geben das ok aber das kann dieses geben kann schädlich sein weil die menschen hungrig sind weil sie sagen dass sie hungrig sind und deshalb sollen wir nicht etwas geben man soll so richtig dafür brauchen wir eine praxis wir werden zum beispiel gute menschen und schlechte menschen zu erkennen das brauchte praxis oder mit den guten 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 menschen zusammen sein dann sehen wir das schlechte menschen auch die menschen und nonnen wenn jemand längere zeit mit menschen zusammen sind sofort kann sehen der ist aber dieser hat keine gute qualität nicht vermeiden sie nicht ablehnen aber das erkennen ich gebe ich gebe etwas aber ich weiß so mit der wissen mit der weisheit etwas geben und nicht aber immer denken ich habe eine es ist so etwas gemacht toll dass er kann dies ohne jenes tun das ist nicht manche leute zum beispiel geld oder auf der straße bitte gib mir etwas geld und ich gebe das etwas aber ich weiß vielleicht trinke einen einen bier nicht um etwas essen sondern diese alkohol etwas zu trinken ich gebe einmal zweit mal gewisse dritten mal gewisse auch vierte mal redest mit dem warum willst du das wirklich immer der geld haben wenn jemand wirklich von geben die vertrauen gewonnen hat er sagt wahrheit ich gebe einmal zweimal dreimal er gewinnt dann ist damit geben habe ich der vertrauen gewonnen jetzt kann ich mit ihm reden ich sage das habe ich auch gemacht hier ich habe mehrere mal das ist den leuten einfach ist das gegeben sie merken sofort weil es rohbahn habe und dann ist er lächelt und alles zweimal dreimal geben etwas am ende kann ich gut reden und dann sofort ich war mit der wolfgang unterwegs ist der woche und wir wollten in den dokumenten zeigen und die frau ist gekommen und sofort hatte gemerkt hat gesagt ja sie haben schon gezeigt ist okay weil weil sie mir gesehen haben und der rober sofort gemerkt und so ist eigentlich auch wir wenn 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 der mit dem bettel wir nehmen der bettel und er ich habe gegeben dass sie rober alles in in begriff im kopf und nicht nur dass er hat gemerkt dass ich gebe und geben das ist der vertrauen gewonnen da kann ich mit ihm reden frage ich jetzt warum tust du das dieser mensch sage die wahrheit manchmal sagen sie dann ich möchte ein bier trinken deshalb ich kann mit ihm reden es ist schädlich was du das tut kannst du dir das nicht dann irgendwie überwinden und so weiter ich kann mit dama in den helfen weil ich der vertrauen gewonnen habe so solltet ihr auch denken nicht einfach sagen er wird ein bier trinken ich gebe kein geld nein geben ich weiß dass er ein bier trinkt aber einige male geben vertrauen gewinnen und ruhig reden warum tust du das eigentlich und dann ist das wirklichkeit freigeblichkeit geben hat eine vertrauen gewonnen das vertrauen hat ein gespräch geführt dieser gespräch hat ihm geholfen vielleicht der mensch wird das wieder gut und deshalb ist es sehr wichtig soll zu übungen das immer machen nicht das einfach sagen nein ich gebe das ist eine organisation ich werde kein geld geben ich meine zu hause habt ihr so viele so viele wechselgeld irgendwo eine flasche oder zeugen das irgendwo verwendet ihr nicht und das könnt ihr einmal für diese übung verwenden einfach in eurem tasche irgendwo für diese freigebigkeit habe ich zehn euro gewechselt geld das könnt ihr mitnehmen das ist nicht so viel und damit könnt ihr viele menschen helfen eine person wird er sieht er macht nichts etwas richtiges er ist seiner er verwendet dass sie seine falsche alles gibt er nehmen und diese falsche verwendung kann der weg ist korrigieren ist nicht so nicht so einfach aber könnte es bemühen einmal geben zweimal dreimal vertrauen gewinnen mit dem reden einfach fragen warum tust du das alles und ist das gut wenn wir wirklich das ist interessant wenn wir von geben vertrauen gewonnen hat er sagt aber er schämt sich diese person der bettler er schämt sich dann sagt er ich habe einmal einmal hat er etwas erlebt ein junger Mann immer fragt sich bitte kannst du mir zehn schilling geben damals ich habe gedacht ich möchte einmal das tun angefangen mehrere mal drei vier mal dann habe ich mit ihm gesprochen ich habe gesagt warum fragt du immer zehn schilling ich habe gesagt damals war das ist ein biertrinken das ist das ja und dann habe ich gesagt warum trinkst du ein bier hat er gesagt hat er gesagt ich habe eine freundin gehabt die freundin ist ein junger Mann wir haben gestritten wir waren in einer wohnung sie hat mir gesagt ich soll die wohnung verlassen zwei Dinge passiert in mir eines ich habe sie geliebt ich musste weg gehen und dann zweiten mein wohnung ist auch nicht ich habe keinen platz jetzt schlafe ich irgendwo und meine traur zu beseitigen trinke ich alkohol und dann habe ich mit ihm lange gesprochen wirklich gesprochen ich habe gesagt es ist nicht du musst das wirklich so und so den trauer beobachten alles habe ich es erzählt das war vor mindestens 21 jahre vorher das ist vor den schilling seit hier vor euro seit nachher habe ich nicht mehr gesehen ich sage dass freigeblichkeit dadurch entstandenen vertrauen kann die menschen der unrechte leben zu lebensweise zu ändern man kann und deshalb ist geben sollte nicht das sind einfach sagen diese und diesen grund gebe es nicht geben 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 vertrauen gewinnen sprechen und ihre ihre falsche lebensziel ändern sich bemühen das tun das zu machen das ist sehr wichtig sehr wichtig jeder mensch kann das tun viele menschen sagen der band der du bist ein mensch kannst du das machen nein in jedem menschen drinnen ist ein mensch oder eine nonne ihr soll ihr soll dieser mensch und diese nonne herausholen das könnt ihr und in jedem menschen existiert eine nonne oder ein mensch und holt diesen mensch oder nonne raus über das das könnt ihr machen und so ist eigentlich dann freigeblichkeit könnte so üben freigeblichkeit etwas geben und am ende könnt ihr dhamma vermitteln wie es gesagt habe dieser junge mann ist wirklich ich glaube ich habe nachher nichts mehr gesehen das hat er dann wirklich das meine unserer gespräche hat ihm geholfen da ist das anders geworden das könnt ihr allen geben das ist dann es ist ganz 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 kleine arbeit ist das wir können viele menschen helfen aber beginn mit der freigeblichkeit und so können wir im täglichen leben wie sie es praktizieren hauptsächlich der buddha dhamma sangha sollte ihm unterstützen das ist schon wichtig und auch dann ist dann dhamma dana ist sehr wichtig wie ich gesagt habe wenn jemand wirklich dann etwas falsches tut könnt ihr dann wirklich zu enthelfen mit damma so können wir unsere lebens ist mit glück verbinden wir werden glücklicher menschen unserer charakter wird sehr schön rein und das ist das eine große hilfe für geistige entwicklung damit können wir das samsare beenden und im waren verwirklichen vielen dank dass ich gehört wenn etwas fragen wollte bitte die zeit könnte das machen oftmals kann ich meine fragen gar nicht richtig artikulieren aber bewahren beantwortet auch schon vieles ohne dass ich gefragt habe also das sehr schön vielen dank gut und du sagst es dass durch freigebigkeit schönheit entsteht ich denke mal ich habe da gerade über überlegt durch sittigkeit entsteht aber auch schönheit sieht nicht ist da gehört ja auch geduld zu ein geduldiger mensch das ist ja auch ein gegen mittel gegen wut oder gegen heißt das ja hässlich macht ja ja deshalb habe ich gesagt die freigebigkeit tippt den menschen siedlich zu werden siedlichkeit tippt der menschen freigeblich zu werden beide zusammen machen die menschen schön ja und es ist nicht nur eine 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 das ist das ist das immer es ist alles ist der geistige arbeit ist freigeblichkeit siedlichkeit nisten außen das alles ist ihnen jedes mal das ist nicht nur dass ich habe nur gesagt das ist weil wir dann über freigeblichkeit gesprochen haben wenn jemand sati achsamkeit gibt das ist auch eine faktor des schönheit wenn jemand entsagen macht ist auch und wenn jemand wirklich im wald lebt ist auch schönheit es ist wenn die man im kloster lebt auch das ist wenn alles ist das eigene gesamte übung wenn wir wirklich die lehrung des buddha so oder so praktizieren diese und jenes praktizieren dann werden wir wirklich unsere charakter reinigen die reinigung des karakter heißt eigentlich ist nichts anders als schönheit des charakters ja reinigung ist wirklich jedes mal da mal praktizieren die menschen werden die reinheit erleben diese reinheit ist da in der schönheit des menschen und dann das ist dann deshalb ist das richtige entschiedlichkeit übte das ist auch richtig ja und dann alle alles alles ja damals das ist der höchste am ende entsteht eigentlich die schönste die schönste schönheit der welt ist der befreiung des geistes befreiung des geistes und wie die wie die arme hand und schau das ist dann viele viele menschen sagen frauen sagen immer ja wenn ich habe schön und alles ja es ist das eine faktor der schönheit schau das ist eine nonne haare geschnitten geschworen haare den rohbahn gesucht so wunderschöne menschen sind sie und wirklich seine nonne richtig anschaut sie hat alles was die schönheit als schönheit vorher gedacht hat alles nicht mehr da ja schmuck ist nicht da haare ist nicht da schmieren auch nicht alle möglichen sind nicht da hat nur ein eine gelbe gewandte und so aber wunderschöne menschen das schaut einmal in ich könnt ihr auch dann in internet anschauen in sri lanka die nonnen als unglaublich schöne aber die schönheit was wir das eine faktor haben diese schmuck nicht mehr das heißt loslassen das loslassen macht den menschen zurück danke die verbunden darf ich dich noch fragen hat doch eine anweisung gegeben oder erklärt wie man mit seinem vermögen umgehen soll so wie man das aufteil ja kannst du das in den vierkappen das sagt oder materiell ist etwas verdient sollte ein teil für essen verwenden essen und trinken kleidung und so weiter medizin wie kann man periode wenn ihr etwas das ist so eine investieren soll das sollte zwei teile investieren und das heißt das sollte schon irgendetwas zu machen das ist dann weiß ich nicht das so geschäft machen wenn ihr macht und dann so weiter die vierte teil sollte das sparen aber das ist jederzeit kann not entstehen ja und so hat der buddha wirtschaftslehre erklärt ein teil sollte ihr wirklich richtig essen verwenden gut essen gut essen bedeutet nicht viel essen nicht auch nicht das ist dann mannigfaltig bunt essen das ist auch nicht gut essen bedeutet körper gesund halten essen hat nur ein grund nicht dass sie den geistiger haben wollen oder diese dinge zu beseitigen sondern körper gesund halten man sollte unterscheiden ist das eigentlich ist ein geistiger gier oder körperliches verlangen und das ist essen verwenden das immer tag oder diesen körper zu erhalten warum brach material ein reines leben zu führen und dann ist das zweite ist das medizin medizin verwendet man nur krankheit zu beseitigen aber nicht schönheit zu werden aber viele menschen nehmen der medizin das schön zu werden dies und jenes das ist nicht sagt der buddha nicht nur der medizin medizin entstanden deshalb krankheit zu beseitigen aber nicht in irgendein anderer grund wenn jemand nicht krank ist brauchte keine medikamente nehmen und aber viele mädchen sie sind nicht krank aber nehmen sie dann medikament sie wollen da medikamente haben oder manche menschen haben angst vor den krankheiten dann nehmen sie medikament braucht auch nicht wenn wir wirklich krank sind es gibt schon ich meine das ist das wie die impfungen oder so etwas ich sage dass ich nicht der richtige aber wir haben keine andere möglichkeiten so ist zum beispiel wenn ich nach sri lanka fliege sie verlangen das ob ich dann impfungen habe sonst ist so viele so viele dinge muss ich machen und deshalb sage ich das nur deshalb nicht der krankheit ich habe keine ich sage ehrlich ich habe keine keine angst vor den krankheiten aber ich habe die angst vor der bürokratie dazu deshalb nicht der krankheit der bürokratie überall ja und dann ist der passbrauch ist dieser dieser impfas ja und es ist wozu ist ich nehme damit ja das ist nur ein dokument mit willen ja ist aber nicht für mich besonders ich verwende nur wie heißt das mittel für zweck aber nicht das ist das irgendein anderer grund und deshalb sage ich dass wir haben das in in italien ist wir haben einen sehr lieben menschen kennengelernt und ich habe gesagt er kann nach wien kommen weil es hier ist niemand hier und ich habe gesagt er kann hierher kommen er hat gesagt ja gerne ich komme da war sehr lustige mensch eine musiker und dann ich habe gesagt habe du musst eine impfung haben ja gesagt nein ich will das nicht schon gesagt wenn du nicht will dann kannst du nicht kommen ja und dann hat er gesagt es war gesagt ja dann mache ich ja und das hatte dann sagen diese mittel zu weg zweck ich habe gedacht gut weil das sowieso sterben wir ob es impfungen haben und nicht haben wir sterben ja ist das sterben natürlich dass sie dann impfungen kann schon die menschen töten aber alleine impfungen können die menschen nicht töten das unter karm auch dabei sein kann man impfungen das kann man kann impfungen kann kann man ist aktivieren aber es ist nicht dann impfungen kann alleine nicht die menschen töten das glaube ist nicht und wenn dann impfungen wirklich die menschen töten alle menschen sollen sterben warum einige menschen sterben das ist eigentlich die karm war manchmal kann man ja weg das sind manche haben wirklich stark stärker gibt es sie werden nicht das erleben aber irgendwann ohne mit oder ohne impfungen werden irgendwann sterben ich war heute in der eine eine zeremonie gemacht die zeremonie eine koreanerin gestorben die kinder waren sehr traurig ich kenne diese frau sehr lange und die wahrheit sie hat eine so eine gesegnete alter gehabt 2 und 93 aber der kinder sagen immer meine mutter könnte noch leben ich habe gesagt ja die könnte aber musst du einmal denken warum ja vielleicht besser ich habe gesagt jetzt ist sie es ist schon drei wochen zu gestehen ich habe gesagt sie ist in einer mutter leib die drei wochen alt ist nicht schön das ist schön warum sie 93 alte frau so leben ist nicht besser in einem neuen mutter leib ist drei wochen das ist eine bauch ist jetzt kommt der ganze zurück dass sie ihn auf die welt sie kann vielleicht eine schöne dinge machen hat der welt ich habe gesagt so denken sollte eigentlich bleiben überwinden sie haben das wirklich nachgedacht gesagt gut wenn du so sag ich gut wenn ich so sage das passiert so so ist eigentlich dass wir immer immer denken das ist jeder jeder negativ was dann positiv das ist auch so und so ist der medizin sagen dann ist dann das zweiteile sollte wirklich verwenden für ein zukünftiges leben weil das früher das haben die menschen wirkt ist die staatliche das beamten unter der arbeit gab es weniger sie haben irgendwie in dem business gemacht oder eigentlich eine feldarbeit gemacht wir haben der bruder hat gesagt zwei teile sollte wirklich sparen für den nicht wie sparen sondern dass wir wenden für diesen und dann hat er gesagt der vierte teil sollt ihr sparen aber das sind ausdrücklich sagt aber das überwissen leben ist nicht frei von not und deshalb sollt ihr ein teil sparen und das ist so wie sie sich der wirtschaft von der bruder gesagt und sie zeigen ist sehr schöne sehr schöne wirtschaftsstruktur wie die menschen zu leben können und und diesen diesen der zweiteile was wir gesprochen haben in dieser ist auch verwenden für die freigeblichkeit investieren heißt nicht nur materie erwecken sondern geistig etwas investieren für der für die entwicklung des geistes zweiteilend auch dann spenden oder es gibt es verschiedene dinge das sagt dann bäume anpflanzen und alle möglichen dinge der natur unterstützen das ist auch der verwenden dieses geld und investieren bedeutet diese die nach schocker hat das alles so gemacht in der wir werden bald darüber reden mittwoch schocker hat dann viel viel zu investiert der straßen dann sagt er denn in der geschichtstag die straßen war der ganze ganze land beide seiten die bäume gehabt ein platz das war das ist immer das ist der beide seiten dann den bäume zu gesehen und jeder jojana jojana heißt vier kilometer 45 kilometer hat er eine eine stelle wasser ich mag menschen zu trinken und und dann ist der fünf kilometer jetzt zehn 15 kilometer immer einen ort einen einen platz gemacht auszurufen straße das heißt gestern das heißt resthaus gebaut das soll man sagen ein toller könig war der schocker und dann hat er auch dann investieren das alles so gemacht als könig solcher menschen solcher politiker brauchen wir nicht aber die politiker der bäume wegnehmen das ist wir haben solcher besonders hier auch aber in schill ankeisen noch mehr gut